Ähm, sehen wir den? Der Ivern ist noch stark. Elfheit. Elfheit, ja. Ich habe mal gegen Dings gespielt. Fünfmal Alistar. Das war auch nicht lustig. Ah, der ist aber noch lustig zum Spiel im Fall. Du kannst sogar AP gehen. Und er macht noch recht schade mit AP. Der macht mega schade. Ich tue jetzt den Blitzcrank bannen. Das war wirklich anstrengend. Fünfmal Akschan. Dann sind sie einfach nie tot, oder was? Ah, in diesem Fall gibt es wirklich Boom da. Boom, Boom. Also wir können schon Alistar gehen. Oh, der Jogath ist noch lustig. Den kannst du eben auch AP spielen. Was gibt es sonst noch? Ja, der Ivern ist AP. Ivern habe ich noch nie gespielt. Nein, besser so. Der Jax ist sicher auch stark. Das stimmt. Der Jax ist stark. Malfi in diesem Fall. Ah, ja. Gibt es einen Jungler? Gehen wir zum dritten Top? Boom. Gibt es einen Jungler, oder hast du zwei Top-Liner? Du hast zwei Top-Liner. Ja, zwei Top-Liner. Boom. Ähm. Boom. Eigentlich, eigentlich ist das falsch. Eigentlich muss ich sagen. Wir nehmen Dark Harvest. Ähm, Ultimate Hunter ist noch wichtig bei dem. Das ist deine Ult. Das ist Bread and Butter. Presence of Mind hilft dir als Secondary für dein ganzen Mana. Weil sie es kaum mega viel Mana zieht. Ja. Äh, ja. Nehmen wir noch Second Impact für den Ult. Ja, das ist so schon. Ähm. Eigentlich nehme ich glaube ich das Flash. Flasch. Ich habe Flasch-Deepi. Ja, Fall. Wieso nicht? Ja. 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 Ähm. Mage. Ich glaube ich gehe Everfrost. Ähm. Phibs? Willst du es in Spott? Der andere ist schon top gegangen. Der, der jetzt stirbt und einfach nur AFK ist. Wenn man es durch die Räufe läuft, sollte man vielleicht auch schauen. Ah, das ist ein lethal Tempo, Malfight. Die alte Legende. Von Season 0. Ja, dann holen wir uns da doch. Das ist messig. Bevor er tippet. Nice. Ich habe noch geschafft. Ja, und Kill of the Butlan, das gefällt mir. Mhm. Dass du dein eigenes Symbol gesportet hast und uns zwei AG fährst. Ja, das ist schon... schon noch... mutig, kann man sagen. Dann kommst du wieder aus dem Outfighter in der Toplane. Wir haben beide in Depp im Team. Das ist messig. Aber das sind doch mehr, hey. Wir sind doch Noobs. Wir sind auch missig. Ah, du denkst voll, voll mess. Easy, ein wenig Dämmers zurückgeben. Ja. Dann stirbt er. Ja, in diesem Fall gehen wir mal Playthings nehmen. Level 3. Ja. Wenn da kein Einkommt. Vor allem wenn er unter... Und jetzt aber... Ja, easy. Und auf den Mana. Easy. Gut. 3 Killspot. Nice. Du hast schon zwei Playthings. Ja, voll. Du schaffst mal Fightmax, das ist cool. Äh, ja. Ausser du tankst den SW eigentlich. Oh, das gibt der Armor. Jetzt habe ich es zwar nicht gemacht, obwohl ich eigentlich tankwacken... Ja, easy. Zwei Plates für uns. Ja, das Spiel läuft. Das kommt auf YouTube. Follow me on Twitch, ja? Ja, ja. Äh, ich bin es im Fall wirklich am Recorder einfach so verlustig. Oh! Oh! Ähm... Ja, nice da. Frozen Heart. Da komme ich. Das ist OP gegen dir. Ja, voll, ja. Reduce Attack Speed. Rock Solid. Reduce Inkong Damage. Ähm... Ja, ich gehe mal. Vielleicht wäre... T-Pig oder... Ja, komm. Too slow. Du warst auch schon so... Ja. Ja, jetzt ist er da. Ja, aber ich habe die Minutes... Die Linie ist aufgetaucht. Nice! Okay. Level 3, gegen Level 5, sehr schön. Jetzt Plated Stealer Boots. Bunk. 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 und so tot. Wieso hast du immer noch geholzt? Keine Ahnung. Hast du jetzt geholzt? Ok. Ich bin nämlich schon fast wieder Level 7 im Fall, was du mal geholzt hast. Und schon wieder hast du den Double Kill geholt? Ja, voll richtig so. Voll falsch. Was falsch? Achtung. Jiflash bitte. Nice. Ja, richtig hart geht es hier runter. Fast den ganzen Tower haben wir bekommen. Alle Plates, das ist immer nice. Ja, alle Plates. Wenn wir zurückgehen, soll ich bleiben? Noch eine Runde hinfetzen bevor wir zurückgehen. Ich habe keine Mana. Aber ich habe einfach full live. Dann weiss ich nicht wieviel es sich lohnt, um einfach so zu backen. Vielleicht jetzt. Ich habe schon wieder... Soll das mal... Hier bleiben? Sollen wir den ganzen Turrent oder? Ja, ich habe noch. Also. Gleich ob die auf mich reinhaut oder nicht? Ich setze jetzt einfach den Turrent. Nice! Punk! Awww! Ja, easy. Das ist ein gutes Spiel. Ja, easy. Das ist ein gutes Spiel. Voll nice. Typiver, bitte. Der 4-1. Gefällt mir. Ähm... Ja, was machen wir als nächstes? Das? Machen wir den Zander-Clap? Also W oder EAS-210? EAS-210 mache ich. AP? Dann EAS-210 und AP gehst. Ja. Gut. Ich habe es meistens so zu tun, wie das W einfach will. Weil es... viel weniger Wanne braucht und... tut es nur echt gut innerhalb. Ja, aber das Geld mit Armor... Wenn du AP gehst, bringt es eh viel mehr, denn das Geld auch mit AP. Ja. Macht viel mehr schade. Es wird auch mit AP scalen. Ah ja, stimmt. Es wird alles mit beiden scalen. VH... Nein, ich könnte hier mal tracken. Ja. Jetzt kommen da EAS-210 in die Mitte, nicht? Ah nein. Sie bleiben dort. Hm. Wenn wir Tau-Difen mit dir. Es lohnt sich irgendwie nicht so. Aber ich habe eben Armor. Boom! Und darum kann ich da schon Tower tanken von mir aus. So. Das ist doch gut, also... So. Wollen wir mal Ocean Dragon holen? Das ist noch gut für uns ein Mana. Ja. Ich habe zu wenig Leben. Ich sterbe, wenn die jetzt hier kommen. Das stimmt. Ähm. Holen wir ein wenig mehr. Road Tower. Ist kaputt. So ist es halt... So. Nur gewisse Rennen. Oh, jetzt hat er aber geflasht. Wo ist er da? Da ist er ja sogar geultet, hat er. Heftig. Ja. Ja, mega. Machen wir Drake? Ja, voll. Da ist er. Komm hierher. Bumm. Nice. Nice. Äh, 460 bitteschön. Sorry. Schau, jetzt kommt er auf... Ah. Da kommen alle. Boom. Schau mal wie ich geflasht habe, dass ich gerade knapp überlebe mit 30 HP da. Oh Mist. Jetzt bin ich doch noch gestorben. Ja. So schau. Ja, der ist noch stark. Ich wäre auch fast gestorben. So. Ja, voll nice. Ähm. Was ist das? Der Rift. Der Rift ist noch vier Minuten. Ah. Kraken Slayer Season. Oh. Nice. Oh oh. Jetzt scherbe ich aber. Oh oh. Es macht ein wenig zu viel True Damage irgendwie. Das ist ja so. Das ist ein wenig schade. Der Fürst schiebt auch da gerade. Oh. 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 Ducky Boy. Ja, kann ich mal schauen. True Damage. Wie sehen wir das? True ist 756. Ja. Physical ist 666. Mhm. Hat mehr True als Physical Damage gemacht. Ja. Darum ist es auch wichtig, dass es einfach noch ein wenig. Äh. Hellful. Das stimmt auch. Oh, sorry ging es leicht. Ja. Ich habe mal einen Ward gesetzen. Warte, ich habe mir den da noch schnell. Ah ja. Da gehe ich doch rein, wenn die an der Tower sind. Mhm. Boom. Beide überrascht hat es. So. Nice. Kann man den Herald machen? Äh, der Drake ist jetzt gerade ab. Dann würde ich ihn erst. Ja, 50 Minuten. So, jetzt ist es knapp. Nach dem Drake können wir den machen. Mhm. Mhm. Ein bisschen Deepwäschung stellen da. Gibt es da noch einen Blubuff? Nein. Stell dir vor, du bist einfach von drei Bergen verprügelt. Das ist noch harte. Ja. Ja. Da könnten wir Flank. Ah, das ist ein wenig weit weg. Gehen wir von da. Nice. Wir wollen nicht sterben, euch. Äh, Herald, oder? Ja. Der ist noch 1 Minute 20 ab, bevor er zum Baron wechselt. Das ist nicht. Not sure. Ah, ist es aber normalerweise. Es ist doch bei 20. Ist es anders da? Ja, es ist schneller. Okay. Ah, jetzt kommt er aber da. Boom, 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 boom. Hey, die gehen nacheinander rein und sterben einfach beide. Ja. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sterbe ich. Ja, den habt ihr noch. Ja. Laufen weiter. Ah, ja, wahrscheinlich. Kommt er noch mal an. So. Gehen wir. Die wollen wahrscheinlich MR haben. Also gehen wir auf Voidstaff. Ah, der hat Lysl Tempo, weil er AD Melfight macht. Der hält aber auch noch rein. Ah, das hält sich so krass. Okay, wir brauchen Healing Reduction. Ja, darum habe ich es vorne. Dass er so grob gegenheilen kann. Ja. Ja. Das stimmt eigentlich. So ein Nigger Tag könnte es sich noch lohnen. Ich denke. Dann wollen wir den Mountain Drag. Versucht auf der Bot-Line oder auf der Top-Line im Gebüschen Ward zu placen. Dann können wir, äh... auf den TP. Mhm. Ja. 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 Ich weiss nicht. Lohnt sich das? Ja, ja. Okay. Klasse. Ja. 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 Ja, lohnt sich das? Die Halle nebenbei von damals. Ja. Ja. Jetzt können wir das einfach fertig machen. Ja, das ist schon so. Und jetzt kann jemand das einleben. Das wäre schade gewesen. Ja. 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 Voll daneben. Ja. Er kann schon auf mich kommen. Wenn er will. Oh! Er hat aber viel Geld gegeben. Kann ich mir ein Smithic Item kaufen? Voll nice. Ein Smithic Item. Endlich einmal. Ja. Ja. Gönner der Sterex Gage nachher. Ja. Wir sind aber alle nicht nur schnell. Ah, jetzt sind da alles Eis. Es sind drei mehr. Mhm. Ein, also zwei. Die Vision geht auf mehr. Jetzt pushen alle Bot. Ja. Klar, die wollen das für die Inhibs. Das ist schon so. Aber du holst top Inhib, oder? Naja. Ja. Aber ich brauche ein ewiges. Ja. Ich glaube ich kaufe mir noch ein Ashers Truth. Das gibt 50% Attack Speed und 100 AP. Hm, schaffe ich? Ah. Nein. Schaffe ich nicht mehr. Aber ich habe ein War gesetzt und ich habe die TP. Nice. Ah, schade, dass ihr für das flaschen müsst. Ja, you're dead. Hm. I don't see if that's him. Gut. Wow. Okay, der macht... Der macht ja heftige Damage da. Boom. Komm da rein. Boom. Ja, ich tue ein bisschen defen da. Ah. Upp. So probiere ich ein bisschen vorsichtig sein. Wo ist denn ich könnte in der Mountain? Stealen. Dann hätten wir Mountain Drake Soul. Ja. Ja. Das wäre schon nice. Hm. Vielleicht. Sind es noch gemacht. Wie eine Bärmacht, ja. Ah. Ja, sind es die anderen am Machen gewesen. Aber die werden jetzt runterrennen. Mal schauen. Ja. Vielleicht macht er ihn... Ah, vielleicht machen sie ihn auch. Und ich kann schön reinouten. Mhm. Ich komme mit Oracle Lens. Da können wir beide zusammen... Ja, den wir alle da erwarten. Ja. Nice. Das gibt etwas Nices da. Jetzt musst du schauen. Jetzt. Boom. Nice. Mountain Drake Soul. Hey. Komm da her. Richtig nice, Mann. I like it. Ich mache Top TP. Wave und Inhib. Einfach nice. Ich glaube, es hätte auch einfach zu diesem Inhib laufen können. Ja. Das ist schneller als du. Voll easy. Oh, sie kommen auf mich. Dang. Die machen aber viel Schade. Du bietti. Und. Ja. Fast. Das war close. Moment mal. Moment mal. Moment mal. Ja. Aha. Buchen heisst. Helfe. Tag damage. Tag damage. Helfe. Äh. Pfff. Pfff. Es ist schon ein wenig cool. Ich werde jetzt 50 Gold erwarten. Aber bringt auch nichts anderes übrig. Oh. Jetzt haben sie aber den Dings gelegt. Dann probiere ich hier Pressure zu creiten. Ah. Daneben. Einfach die Wave pushen bevor wir fighten. Bing. Nooo. Yes. Schau mal wie viele Minions die in der Base haben. Nice. Helf. Ah. Top lane ist ein wenig zu langsam zum Verschauen. Hey. Ich bin 146. Gar nicht so schlecht. So nice. Ehm. Ah. Ich habe gar keinen TP. Was mache ich? Ah. Ich habe gar keinen TP. Ehm. Ich habe gar keinen TP. Das wäre ein wenig zu nächstes Objektiv, was irgendjemand kommt. Aber es geht halt noch als Titel für das. Ah. Und hier einen. Und hier auch einen. Und hier auch einen. Ihr habt genug Healing Reduction, oder? Ich kann eigentlich mein Ding verkaufen. Mein Morellos. Was meint ihr? Meinen wir... Jaja. Wir haben eins Morellos. Zwei Morellos. Wir haben drei Morellos. Ein... Also... Wir haben nur einen einzigen ohne Morellos. Ja. Hier können wir sitzen, aber ich weiss nicht ob der... Kommt, kann helfen. Ich bin einfach da. Diff, ja. I can try. Und dann haben wir die andere. Ja. Nein, schau, sie trauen sich nicht einmal. Ah da. Ja, dann gibt es den da. Ah, oder wir gehen da einfach voll rein. Das geht nicht mehr. Oh. Ich will auch noch... Ah. Ähm, ja. Oder ich mache so... Ah, aber der ist viel näher und viel besser. Wir können eigentlich reinlatschen und fertig machen. Ah nein, es sind drei am Leben. Sicher können wir reinlatschen. Meinst du? Ja, ich... Ah, ich... Eine Sekunde hätte ich noch... Oh. Ah, jetzt aber. Ah, ja. Ah, jetzt aber... Ah, jetzt aber... Ah, jetzt aber... Okay, ich habe 633. Ja. Also eben, Drake wäre glaube ich es gescheider gewesen. Die bräuchten ich ewig viel. Ah nein, ein bisschen älter. Ah, älter. Ah, älter. Ah, älter. Ja, aber darum. Älter wäre... Der wäre... Der wäre recht gut. Älter ist immer wichtig als Aaron. Aber... Aber ist okay, weil äh... Ja, ja. Ich hätte jetzt mehr Angst gehabt, weisst du, dass einfach ein Eier über eine Sekle und der macht. Oder? Ja, das stimmt. Und dann... das wäre eine mega schlechte Tray gewesen. Weil bei ihnen... Weil bei ihnen... Weil bei ihnen ist... Ja. Ich habe einfach Angst, dass sie älter geklaut hätten. Darum haben wir vor allem... Weil... Der wäre nämlich ein bisschen hart, wenn sie den bekommen. Ja, voll. Also... Ich bin ein bisschen enttäuscht. Mein Ult macht nur 960 Magic Damage. Das ist gar nicht zu viel. Nice. Das geht nicht. Ich mache mal sowieso nicht. For the Meme. Also... Also... Und zu ihr. Ah, den Rift hat er gesetzt. Ja, der bringt so natürlich gar nichts. Ja. Das ist natürlich schade. Ich gehe top. Oder wenn wir da fighten, dann gehen wir top. Wir haben den Baron Buff. Genau. Haben wir mit. Mit dem Baron Buff wäre gut gewesen, um einfach safe. Wenn wir alle zusammen mitgehen, haben sie keine Chance. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Okay. Okay, merci. Das wollte ich eigentlich noch einsetzen, aber... Jetzt sind alle da gewesen. Da kommt noch einer. Nice. So lustig. Aber es ist eigentlich noch heftig, dass sie doch noch so gut zurückkommen. Ja. Weil sie irgendwie fast 20 Kills hinter drin waren. Mhm. Ja, der Jihad macht halt schon mega viel Schaden und True Damage. Ja, das ist True Damage. Ja, das ist True Damage. Ja, das ist True Damage. Viele von uns sind nach dem Megafrisch gegangen und sind einfach mega viel True Damage. Mhm. Und dann haben wir da früher gehabt. 17% ist einfach True Damage und mit 30% wirklich physical. Das ist so. Ja. Hat auch von ihrem E und wenn sie dann auch mit Gesinos Rageblade das noch... Twice haben, habe ich gesagt. Ja. Oh! Ich glaube eh. Ihre Armor Pen ist eh brutal, wo sie dann noch drauf haben. Ich meine, sie machen True Damage mit dem Kraken Slayer. Dann machen sie True Damage mit ihrer Fee und dann machen sie... Genau. Rageblade, wo... Rageblade, genau. Das stimmt. Ja, Rageblade macht auch noch True Damage. Vor allem... Anti-Blade auf Drunk King, das machen wir natürlich mit den... Ja. Das ist für meine ganze Health. Ja. Mit dem Anhippen. Das ist ja krass. Dominik, Bonus gegen Greater Health und noch Armor Pen und so. Ja. Du, aber wir haben es gleich gerissen, oder? Ja, voll. Ja. Das stimmt. Also, es ist lustig gewesen. Ja. Ich gehe auch gleich pennen. Ja. Tschüss zusammen. Macht's gut. Tschüss. Ciao.